Eine weitere Frage, die, muss ich persönlich sagen, zu meiner Überraschung relativ weit vorne gelandet ist in der Online-Abstimmung, stellt ein Leser der Leipziger Volkszeitung, Herr Robert Fleischer. Guten Tag, Herr Schulz, schön, dass Sie da sind. Mir geht es um die Informationsfreiheit in Deutschland und ich meine meine Frage wirklich total ernst. Also in 21 Ländern auf der Welt sind vormals geheim gehaltene UFO-Akten veröffentlicht worden, unter anderem in Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Und die komplette Liste hätte ich hier, also falls Sie das interessiert, gebe ich Ihnen das gerne. Sollte man das nicht auch in Deutschland machen und würden Sie sich als Bundeskanzler dafür einsetzen? Und meine Frage ist nicht, ob Sie was über UFO-Akten wissen in Deutschland, sondern ob Sie sich dafür einsetzen würden, dass geheime UFO-Akten öffentlich werden? Ich muss bekennen, ich habe mich mit dem Thema noch nicht befasst. In Frankreich werden die von einer staatlichen UFO-Forschungsbehörde erforscht, die UFOs. Ich versuche Ihnen, ich hoffe rechtlich einmal freie Antwort zu geben. Wenn diese Akten nicht veröffentlicht werden, weil sie einer bestimmten Klassifizierung unterworfen werden, als geheim, dann kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, ohne entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen sie zu veröffentlichen. Denn ein Bundeskanzler der Bundesrepublik ist an die gesetzlichen Vorgaben gebunden. Ich kann Ihnen aber zusagen, ich würde prüfen, was sind die Voraussetzungen, warum sind sie als geheim klassifiziert. Und wenn es keiner weiteren Geheimhaltung in diesem Bereich bedarf, dann würde ich dem Deutschen Bundestag vorschlagen, sie zu veröffentlichen. Vielen Dank.